Moin Moin, Mörs Mörs, hier ist euer Bad Fagott Und der Sakrilöb Wo sieht's aus? Hier könnt ihr unsere Gegner sehen Was willst du sagen? Wolltest du uns unterbrechen oder was? Nein, 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 Entschuldigung, Entschuldigung Also, hier ist mal wieder was von uns Wir wurden schon von vielen angeschrieben Wo wir keine Videos machen Es liegt nicht daran, dass wir keinen Bock haben Sondern es hat einfach nie geklappt Fraps hat rumgesponnen, die Server haben rumgesponnen Unsere Teammates haben rumgesponnen So, auf jeden Fall Hier ist endlich wieder ein Video Ein Fun-Game diesmal Und Patrick kann ja was zu den Gegnern erzählen Nein, ich erzähl nicht, ich wollte eigentlich nichts erzählen Du hast mir alles geklaut Du bist ganz böse Ich liebe Also Patrick Der Bad Fagott als Catelyn Ich als Suraka Und unsere anderen Teammates Sind Mundo, glaub ich Kassadin Nein, gar nicht Mundo, Morgana Und Ash Genau, Patrick und ich gehen zusammen mit Botlin Ich werde ins Support Wir werden euch jetzt zeigen, dass Suraka geil ist Und Catelyn auch ein bisschen Genau Ähm Ja, wie gesagt Wir werden nicht viel großartig erzählen, was wir kaufen Oder so Weil das wird jetzt einfach nochmal einen Fun geben Und jo In der Hoffnung, dass es klappt In der Hoffnung ist gut Also ich bin auch ein bisschen depressiv, muss ich sagen Wir haben so viele Videos aufgenommen Wir haben echt so viele Videos aufgenommen Und die alle haben nicht funktioniert Also entweder war Sound weg War nur Video Dann war nur Video Ne, dann war was? Dann war Sound Aber das hatten wir nicht Auf jeden Fall Auf jeden Fall Ist scheiße Ist scheiße bisher immer gelaufen Wir haben echt versucht jeden Tag zwei Videos aufzunehmen Aber das hat nie geklappt Und Jetzt aber Dieses Video wird was, man Ich hab's im Ruine Genau Ähm Unsere Gegner vielleicht noch kurz Katus Evelyn Kassadin Guck mal Die werden hell, wenn ich auf deren Köpfen gehe Ja Ne Fledermaus Ne Fledermaus Ne Fledermaus Ok, Katus ist mit Ne Fledermaus Ja Patrick Und die ist weg Wo ist sie weg Da hätten sie mehr Fledermaus 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 Ja Pass auf, sie greifen nicht an Ihr soll ich mal mein Skill reinschießen Ihr soll ich mal mein Skill reinschießen Ich hab den Intelligenzbrach Guck, ob das hilft Vor allem ist geil an Suraka ist halt Und er keklen, dass ich andauernd von hinten meine Skills zu usen kann Und das haben wir halt oft gemacht und das schockt einfach nur, ne? André? Oder sag mal ja 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 Und Fla di Und wie man sieht, die nehmen natürlich direkt auf mich Holen ihn dir! Bam, Alter! Oh fuck, fuck! Er trifft dich, er trifft dich! Nice, Mann! Egal! Nice! Sehr schön So, jetzt muss ich warten, bis ich Heal ready hab, bis ich wieder den nächsten an... ähm... Bis ich mich wieder ein bisschen weiter nach vorne trauen kann Oh, wie du Fla di auseinander nimmst Fla di hätten wir auch noch gekriegt, wär ich ein bisschen flotter, aber ich bin noch nicht so wach Obwohl ich grad... zu bang war So, ich würd sagen, jetzt holen wir uns gleich Fla di, ne? Was hast du schon, Creepkills? Was kriegst du mir welche? Ich schnaube ich ihn schon Oh, ein Creepkill! Oh, Kritt! Richtig fett! Wieso rennst du weg vor ihm? Weiß ich auch nicht, hab ich auch grad überlegt Nein! Oh! Standbild! 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 Ich bin direkt bei den Tower! Oh! Boah! Alter, was war das denn? Boah! Hättest du ihn noch locker holen können Ja irgendwie, sorry, bei mir war richtig fett irgendwie... Oh, das sah geil aus! Das siehst du im Video, wie geil das aussah! Hoff... Standbild! Hoffentlich siehst du das! Ich bin direkt zum Tower gegangen! Das sah schon ein bisschen geil aus, aber ne... Boah, ich spüre, das wird kein Fälle gehen! Ich spüre es! Ne, ne? Warte, wieso used du deine Skates, ne? Bin ich nur dabei! Boah! Ein Schuss, ne? Ein Schuss! Das läuft ja richtig gut für die zwei! Oh, geil! Ey! Endlich mal wieder sympathische Gegner hier! Ja echt! Und unsere Team jetzt sind noch nicht gestorben, ey! Und das nach vier Minuten! Das war ja immer sehr gut für uns! Ja! Haben wir immer richtig Glück! Was machst du eigentlich mit so Rack als erstes? Machst du Mana als erstes ganz hoch oder machst du Leben als erstes ganz hoch? Mana! Weil du bist ja Range und deswegen... Oh, wie er fast down ist! Du bist ja Range und den Damage, den du kassierst ja erst mal so krass, den kann ich... Das ist locker hier! Okay! Machst du auf, Dings, das SS? Ach, wenn Flatt kommt, der ist gleich wieder down! Ich bestimmt... Ne, ich meine... Ähm... Ja, also bisher läuft das Game ja ganz gut, nach den ersten fünf Minuten... Der ist tot! Ja, das haben wir jetzt übersehen, dass... Was? Dass da jemand grad von uns gestorben ist... Ne, ich nicht! Hast du grad gesagt, ne, ich nicht? Wir haben mal versucht, er ist gleich tot, ne, das weiß er doch, oder nicht? Oh, wenn du dann Ulti hast... Ja, stimmt! Oh, 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 oh! Das geht, das da dauert, aber in einem Bild, denn... Dauert in einem Bild, den... Oh! Woah! Also, wie ihr seht, er die ganze Zeit volles Mana, also jetzt grad nicht, also, aber volles Leben und sowas. Und das ist echt geil, so ein Racker... Eine etwas fähige, so Racker mit auf der Linkswahl. Hat schon was, ne? Boah, wie wenig Lehnen die beiden immer noch haben! Ja, ne? Ey, du weißt gar nicht, wie... wie greedy ich grad bin, alter! Lass es lieber! Eintar! Ich bin grad richtig greedy, ich bin richtig... Killgeil! Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber ich bin echt killgeil gerade! Jo, guck mal! Ey, der geht nicht besser! Ich muss meinen Kopfschuss auf ihn schießen! Glowflat! Oh! Oh, du LOL! BUUU! Wie du gerockt, Junge! Wie geil das! Da sagt niemand, Flut ist besser als Suraka, ne? Oh, herrlich. Lol, Suraka hat Flutty geponet. Ich wusste gar nicht, dass Suraka überhaupt damage macht, ey. Ich mag Suraka. Macht er? Oh, ich bin immer nur beflügelt. Wir haben beide einen Kill, ne? Ne, man! Warum hab ich keinen Assi bekommen? Ich hab ihn doch runtergedamaged. So, jetzt hab ich ihn. Kopfschuss. Nein, der Teal! Warum hat der Heal? Na, ich hab gleich Ulti, ich hab gleich Ulti, dann ist er da rum. Oh, Hilfe, Flutty ist wieder da. Warte, muss ich dir richtig helfen, ne? Du polnst ihn doch. Oh, egal, das glaub man. Ich bekomm aber dieses Game nicht so viele Creep-Kills, glaub ich. Wieviel hab ich denn schon? 7 plus 36. Oh, guck mal, wer da kommt. Machst du mich bitte auf SS, also von den anderen? Hilfst du mir da ein bisschen, weil ich guck nicht darauf. Ja. Guck mal, ich hab versucht ein bisschen zu pushen. Jetzt kassiert er wieder. Äh, wie heißt er? Wie heißt er? Wie heißt sie, die Olle? Warte, ich kann mich gar nicht kassieren. Ne, ist egal, lass es denn. Boah, wie die beiden kassieren, Mann. Vielleicht könnte ich mir holen. Woll doch nicht. Ne, 16 dem hat der noch. Ich glaub's nicht, ne? Der hat sich grad noch mit Transfusion gehielt. Aber ihr seht so Rack und Catelyn, das ist übertrieben, wenn man das spielen kann. Ja. Ja. Das stimmt. Ne, ich töte mal die Creeps da hinten. Ah, wie man sieht, die fixieren jetzt mich. Guck mal, mach die ganze Zeit seine Ulche auf mich. Ist doch schön. Dann werd ich nicht getroffen. Ja, aber bringt ihn mir auch nichts. Wenn wir mal ein bisschen ausweichen. Aber jetzt hat er schon keinen Mana mehr da. So ein Chamele. Ja, tut mir schon ein bisschen leid, ne? Oh, wieher. Ja, das ist echt geil. Und nachdem wir den Towerbesieg haben, gehen wir mal auf Killjagd, ne? Oder? Die beide? Ja. Genau. Also als Soraka echt, dass ich da eben grad den Kill bekomme. Das ist so fett. Vor allem für Items. Das ist pures Glück. Aber, ähm, deswegen. Wundert euch nicht, mit Soraka kriegt man keine Kills. Das ist halt echt nur Full Support ab. Man kriegt eher Assistenten. Oh, guck mal. Oh. Oh ja, warte, ich hol ihn mir gleich. Ich hab Ulti wieder ready. Ich muss ihn nur einmal treffen mit meinem Friedensstifter. Danke. Nein. Boah, ich hab meine Ulti, Smiley. Wie kommen wir die versuchen zu pushen? Attacking? Yeah. Perfekt, Miner. Sehr nice. Ja. Sehr nice, sehr geil, Mann. Oh. Oh. Ich würd sagen, wir bleiben doch erstmal ein bisschen noch auf der Lane. Auch wenn der Tower down ist. Meins? Ich mein, die können uns, oder die können dich wenigstens ein bisschen fielen. Stimmt. Oh, den hab ich, den hab ich. Mein, mein Kopfschuss. Gerade Kopfschuss, Wendy, Alter. So auf den Tower. Also, nicht, dass ich gefiltert werde, ne? So. Bitches Killer. Läuft hier bisher ganz gut. Ja, läuft. Also, ich bin echt überrascht von dem Game jetzt, ehrlich. Ja. Das hat mir lang nicht mehr. Ich geh gleich erstmal bei jetzt, ne? Ja. Oh, ich kann auch. Ja, gut, den geh jetzt zusammen erstmal. Oh, ich kann mir jetzt schon mit Level 7 den Seelenschleierungen, ne? Oh, ich kann mir jetzt schon mit Level 7 den Seelenschleierungen, ne? Ja. Obwohl, Trinke bräuchte ich eigentlich gar nicht. Okay. Geldverschweinung. Wupsala. Den gehen wir doch mal. Ne, kannst du mir helfen, den roten Buff zu holen? Ja. Bot. 2SS. Oh, guck, der jetzt in der Mitte-Mini. Oben ist keiner. Gut, komm. Auf LUT. Also, ich finde, dieses Nice und dieses Good Job und so muss man schreiben. Davon wird man gepusht, denke ich mal, ne? Und das steigt da im Moral, oder nicht? Ja. Wir können ja jetzt mal auf LUT warten, ne? Ich verstumm ihn dann direkt. Weil ich attack ihn erst mal und jetzt auf ihn. Ja. Das hat ihn wohl nichts gebracht. Ja. Ja, würde ich mal sagen, ne? Wir sind geil. Oder nicht? Was sagst du, André? Äh, äh, Sakrileg. Ich bin zu wohl. Ja. Also, aufs Pass, ne? Evelyn ist grad runtergekommen. Die Chill hier bestimmt grad irgendwo. Ja? Ja. Jetzt können wir das mal creepen. Hm, das war so klar. Ja. Ich überlebe aber. Die holen wir auch noch. Meiner. Meiner. Ach, schade. Alter, nice. Oh, guck mal, wer da kommt. Vielleicht der nächste. Also, sie rennen uns ja heute zu, du. Oh fuck, ich brauche Hilfe. Die rennen uns heute echt zu, ne? Wie sonst was. Joa. Oh. Pass auf. Hier könnten ganz viele Gegner gleich sein. Lass uns lieber mal mit Base, das ist zu riskant. Die ganzen Gegner leben wieder. Kein Bock, von Eve gestunt zu werden, also... ich hab kein bock zu sterben einfach ich geh mal base vor dem blutjester und dann gehen wir jungen ich glaub ich könnte mir auch schon die blutskaufen ja also wie man gerade gesehen haben ebenso was war also so uns dann alle angeboten haben sie nicht dazu ne und dann auch so extrem hoch geht es ist so lustig von unsere freunde die die das die fängt gar nicht vorerst ne und nicht schlecht so kommen wir wollen willst du mal davon können kann ich haben ich komme gleich dazu nachdem ich meine die gänze ich bin dabei das ist prima wie die war ein polonien und da hat er noch die gelten 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 irgendwo pass auf wie fühlt sich ab und die drei geile die mich mit kathos 0 20 hp nur auf dem tor Achtung, danke. So racker Kälte, das können wir öfters machen. Jetzt ohne Scheiß. Das mag ich. Das gefällt dir. Ah, schade. Oh, unser Mund. Nein, ich, mein Leben, die. Oh, das, 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 das. Danke. Warum hat der Teuer mich auf einmal teckt? Ich gehe schon mit. Nein. Warum bin ich nicht zu dir gegangen? Das wäre jetzt ein bisschen dumm, warum ich nicht zu dir gegangen bin. Alles, was? Wenn du jetzt mich doch hochlegen können. Naja, das ist, wenn du nicht in meiner Nähe stehst, im Blickwinkel. Denn achte ich doch nicht. Egal. Hey, ho, let's go. Ich glaube, wir möchten uns nochmal bedanken, ne. Ich fange mal wieder an mit den Abonnenten zu reden, ne. Weil ich habe sonst nichts zu tun. Also ich möchte mich gerne, oder wir möchten uns gerne nochmal bei euch herzlich bedanken, dass ihr uns in einigen, ja, wir waren echt, wo die ganzen Videos nicht funktioniert haben, waren wir echt an einem Punkt, wo wir gesagt haben, wir können nicht mehr, wir wollen nicht mehr, weil das echt scheiße war. Wir haben echt so viele Videos aufgenommen, das hat nie geklappt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie kacke das war. Und dann haben wir halt von euch Nachrichten bekommen, in-game wie auch Nachrichten auf YouTube, auf unserem Channel, dass wir weitermachen sollen, dass ihr das gut findet. Und ja, das hat uns doch ein bisschen aufgerappelt. Genau. Na, ich bin noch ein paar Minuten. Danke nochmal. Hilfe. Ich weiß nicht. Warum? Mein Bruder, da muss ich jetzt mal ein bisschen aufladen. Das ist total verarscht. Stil. 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 Patrick, ich hab keinen Bock, dass du mich jetzt killen, komm mal her. Okay, lass uns mal in der Mitte. Ja. Also, vor diesem Game hier haben wir ein Game gemacht und... No, Leute! Ja, ne, ähm... Scho! Leute, so schlecht kann das gehen. Ich war grad eben voll sprachlos. Alter, war ich sprachlos. Zu sprachlos, ich konnte nicht mal mehr was sagen. Das ist so voll sprachlos, ne? Ich kenne ja einige das Wort nicht. Das duftet mir nicht. Na, es ist auch noch Daumen. Hey, doch, es ist Daumen. Nein. Ey, dein Heal und dein Death, ne? Das ist Gold-Godlike. Mir stirbt hier keiner weg. Außer einer rennt in den Busch. Wolltest du da irgendwie mich? Ja, genau. Also, wo war ich jetzt grade genau? Wir hatten vorher... Wollten wir noch ein Video aufnehmen. Und das ist extrem fail, weil wir hatten einen Olaf, der einfach mal von Anfang an die ganze Zeit durchgejungelt hat. Ohne mal zu helfen. Ja, ein Olaf gehört richtig. Und... Genau. Und was haben wir noch? Wir haben die uns ganz oft beleidigt. Ach ja, genau. Das finde ich auch unter alle sauen Leute zu beleidigen. Das ist doch was bringt einem was. Das Käse sind's. Ein bisschen. Das sind halt Flamingo. So, so ähnlich ist wie Hater. Danke. Komm auch mal. Die stehen wieso irgendwo wieder? Wecken und ist Evelyn ganze Zeit gefolgt. Ja, und das muss mich genau sagen. Ich war gestand und dann war ich auf einmal dauernd. Ja, das stimmt. Das ging nicht da. Da hab ich erst... Ich hab erst gedacht, komm auch da noch. Dann hab ich mir so gedacht. Warum hab ich auf einmal ein grauen Bildschirm? Guck mal, wer hier ist. Den hol ich mir jetzt. Da gibt's kein Wenn und Aber. Meiner. Oh, meiner. Ah, okay. Ja, ich hol mir den Buff. Kannst mich heilen und so? Äh... Ich helfe erst mal da unten kurz, ja? Ach du scheißt, unser Tower ist oben da unten. Ja, es braucht meiner. Ach du Kacke. Ich versuch noch schnell hinzurennen. Patrick, kauf dir gleich mal so ein Orakel. Ich glaub nicht, dass die dich heute noch mal killen. Ich komm erst mal mal, aber... Hast du es noch geschafft? Ja, sehr schön. Das ist immer geil, wie er Clips hochhielt, ey. Herrlich. Ja. Aber na, das sollen wir machen, ne? Sich selber healen die oben nicht. Gar. Na gut, Blut, hast du das auch alles aufgeladen? Ich geh mal... Obwohl, ne. Ich warte noch mal. So, gut. Wollen wir ein bisschen wieder cool sein? Ja, ich warte noch kurz, bis ich mir diesen... Ja. 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 Damage... Ja. Such dies. Ach. Ach, komm mal. Komm mal in die mit. Nein. Was mach ich denn schon wieder? Das... Das renne ich immer einfach in den Gegner rein, Alter. Oh, lol. Stand... Ach, hab ich noch gekriegt? Ja. Was war das? Was war das denn? Ich sehe die ganze Zeit nur Skills, Alter. Woher fetzen? Oh, hm. Ach, du hast ihn... Du sagst, du hast Morgana gesaved. Oder? Ja, hast du. Ich save für jeden. Oh, schade. Darf ich kippen? Ja. Darf ich kippen? Ja. Ja. Ich glaub, unser Mund hat was... Okay. Go, Patti, ich bin bei dir. Stefan? Warte kurz, ich möchte das Lade killen. Oh, fuck, weg hat es kommt. Oh. Ja, Leute, ne? Ja, da sind wir wieder. Ein neues Video von uns. Genau. Schön, dass es diesmal geklappt hat. Wir werden uns gleich noch mal hochzuladen. Und dann würde ich sagen... Tschüss. Bye, bye. Äh, warte lang da. So... ... ... ...